I'm in love with the cocoa I got it for the warm, 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 warm Moin, moin meine Freunde, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Hallo, guten Tag Heute haben wir ein richtig cooles Video, wie ich finde Und zwar, wir müssen den heute richtig halbieren Wer halbiert von uns beiden süßen Schnacki-Schnackis am besten? Wir haben vier, fünf, eins, zwei, drei, fünf Sachen. Wir haben fünf Sachen, die wir am besten, im besten Falle, genau in der Mitte halbiere. Wollen wir nicht lang quatschen, würde ich sagen, oder? Wir fangen direkt an, ja. Du bist die Frau, du darfst auch so. Was wollen wir erst? Ja, das müsste ich nicht. Geht los? Geht los. Los. Ja, komm, ich nehm den. So nehm ich jetzt hier. Schlecht ist es nur, wenn auf der einen Seite jetzt mehr Körner drauf sind als auf der anderen. Ja, ich bin schon scheiße. Warum hast du denn? Scheiße geschnitten. Das ist dein Problem. Ich fang an. Du sitzt auf Gramm? Gramm, ja. Gut, meine erste Hälfte hat 13 Gramm. 13 Gramm. Die zweite Hälfte hat 13 Gramm. Uuuuh. Elf. Null Differenz. 13 Gramm. Okay. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch 13 Gramm wieder haben. Ne, außer es ist jetzt ein Produktionsfehler? Ja! 13 Gramm, okay. No! Also nächstes Ding ist die Butter, Butter, Butter. So, let's go. Das ist doch scheiße, jetzt geht das Papier nicht. Ja, komm, leck mich doch am Arsch. Ich bin fertig. Ihr denkt euch wahrscheinlich, es ist voll die Lebensmittelverschwendung, aber wir werden die Zutaten nachher alle noch verbrauchen. Definitiv, ja. Also auf jeden Fall. So. Findest du eines mal? Ja. Gut. Uuuuh. 128, das heißt du wirst definitiv nicht viel Toleranz haben. 127? Ne, 128. Okay. Müssten jetzt eigentlich 122 sein. Ne. Alter, du hast nur 1 Gramm Toleranz. Krass. Du darfst die Verpackung auch nicht mit, äh, die musst du mit rechnen, ne? 128 zu 127. Fuckin, jetzt ist ja schon wieder gleich. Ja, wieder gleich. Es steht 2-2. Ey, wir sind wirklich, äh, ja, wir sind gut. Muss ich sagen. Ich möchte haben als nächstes den Apfel. Gut. So, ich bin soweit. Alter, Alter, ich gebe mir die ab, ey. Ich bin auch soweit. Oh, mit Gefühl, ey. Geh weg. Ich schwöre, ich hasse diese Waage. Minus 18 Grad, aber Tare. So, jetzt. 88 Gramm. 99 Gramm, also 11 Gramm Unterschied. 11 Gramm, 11 Gramm. 88. Und 100. 101. Und damit geht der erste Punkt nur an mich. 3 zu 2 für mich. Oh, lecker. Hoppla, ey. So. Paprika. Egal, ey, mit auf diesem Messer, ne, kannst du besser Köln reiten, ey. Tja. Ich leg drauf. Ja, warte doch mal, ich bin doch gar... Alter, Falter, ey. So. Okay, das wird gar nichts. 89. 89. 0 RTL. 80. 80 ist 9 Gramm, das ist echt nicht schlecht, das ist gut. Jetzt ich. 81. Oh, das wird schlecht. Ach, ich hab den ganzen Kerl, ich bin so ein Idiotenkind, was ich bin. Ach, hör doch auf, ey. Der Punkt liegt an mich, 105. Ja, geht an dich. Scheiße, ey. Unser letztes Produkt de laie ist... Brrr. Die Watermelone. So. Let's go. Sicher, dass du sie so schneiden willst? Kannst du dich auf deine Scheiße da konzentrieren? So. Nee, lass mal. Ich kämpfe mit, äh, mit Stumpfem Waffen, das macht keinen Sinn. Du kannst auch warten, bis ich meine geschnitten habe, dann kriegst du meinen Stumpf. Du kannst auch warten, bis ich meine geschnitten habe, dann kriegst du meinen Stumpf. Äh, Messer. Dein Stumpf. Oh Gott, das war knapp. Jetzt bin ich mir fast. Jetzt hält ich mir fast, dass ich den Finger abgeschneit bin, oder? So, ich fang an. 1052, 53, was denn jetzt? 53. 1053. Zu. 1048. Ja, was denn jetzt? 47, 48, 48, 748. Was denn nun, du? 48, wir nehmen 48. Ey, das sind 5 Gramm Unterschied nur. Ja, muss. Das ist mein Sieg. 1202. Okay. Das ist aber mal ein ganz klarer Sieg für mich. Du hast ja fast 200 Gramm Unterschied. Ja, cool. Damit hab ich geronnen. Ja, was soll ich sagen? Der Challenge-Meister ist back. Oh. Verliebt. Ein kurzes Tief hatte ich, aber ich bin wieder zurück. Ein kurzes, extremes Tief. Und ich schwöre euch, er wird müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Abo-Button da, drückt auf die Glocke, weil dann verpasst ihr kein Video mehr. Und teilen. Jeden Dienstag, jeden Sonntag kommt hier auf diesen geilen Channel, coole Videos. Teilt das Video, wie sie schon sagte, drückt auf den Like-Button und schaut einfach beim nächsten Video vorbei. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020